Liebe Bernerinnen und Berner, seit Monaten bestimmt das Coronavirus unser Leben. Manchmal kann man es gar nicht mehr hören. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, wenn es euch so geht. Denn mir selber geht es auch so. Und trotzdem, das Coronavirus ist immer noch da. Und es muss uns gelingen, dass wir die Ansteckungen reduzieren können. Ihr könnt auch einen Beitrag dazu leisten, in dem, dass die BAG-Vorschriften berücksichtigt wird. Das heisst, ihr sollt eine Distanz haben, Maske tragen, wo es nötig ist, Hänge waschen. Und vor allem nur dann von Hause gehen, wenn es wirklich dringend ist. Merci vielmals für eure Mithilfe. Und vor allem eins, bleibt gesund.